hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge von minecraft techit light mit mir hallo und dem jan und pascal jan kommt drauf so ihr müsst wissen ich war die letzten drei tage krank und die bäden haben mir ein bisschen gesuchtet doch die haben alles gemacht ja endertrachen alles damit hier so ein bisschen kohle bisschen eisen ja auch eingeschmolzen so das haben wir gedacht warum nicht das schon machen hier wir machen jetzt den minimum stone stone ist immer gestorben ja ja immer wenn eine dann nicht so geht das also wieder sagt wenn einer selbst dann ich dann du der säufer und kiffer und alles alles das kann man sich als youtuber leider nicht erlauben vollzeit weil das sprachzentrum dadurch leider zu sehr gestützt merk schon hast du eine aufgabe für mich hier funktioniert das gar nicht mit dem mit dem nach rechts mit der wurden ausziehen ja scheiß hühner das ist ja nicht nach rechts machen muss es eigentlich jeweiligen ofen anpassen der ist ja widersteht da ist mit ganz reiter der geht auch nach rechts dann das an der wurden angeschlossen ja rechts davon die wurden passt als erstes angeschlossen bevor alles andere gemacht hast ja an die wohnen wo ist ein pascal der motor angeschlossen pascal ja das ist der fehler ja danke ja was ist denn der ist weg wo ist denn der ich sehe den gar nicht er ist weggezaubert worden von uns das ist ein eigenes haus kameradenschwein das ist aber nicht weit weg also von daher kann man sagen ich bin ich mache noch ein tun und die machen wir generatoren weil die kinder alles wird freuen 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 das ist aber nicht vor allem ein klick Ziel worden die vor allemael die Ludwig solches bauern und und sie geht vor uns geht bei lange noch kommt das eine Schinken die Erschingungen ein 20 Euro ist erschienen schon weiblen mag 80 Euro bist du gewinnig Typisch, ähm, Eifel. Eifel. Ja, der kommt aus Eifel. Gibt es noch Leute unter euch, die ZDF gucken? Ja, ich. Es gibt keinen, nein, es gibt einfach keinen. Natürlich. Deutsches Fernsehen. Das ist eine ZDF. Nein, ich weiß nicht. Was ist dieses intellektuelle, wertvolle Fernsehen? Habe ich noch nie was von gehört. Oder Tagesschau. Nichts Fernsehen. Ja, das kann ich mir nicht ziehen. Da wirst du eh nur belogen und betrogen, was die erzählen. Ähm, jeden Tag Brüssel. Die Klabustern sich eh zurecht, was sie halt sagen wollen. Da wirst du nur geschlagen. Klabustern. Alles klar. Hast du das Holz da reingepackt? Ja. Das war falsch. Nein. Doch, der Generator ist voll, du brauchst kein Holz. Doch, Nachschub. Nein. Für harte Zeiten doch. Okay, doch. Nein. Ich hatte schon gedacht, warum ich da immer nur so 16 oder so rein tue. Ja, komm, mach mal ein Stack rein. Hä, kann man auch... In Stack ist der Schinken schon wert. Bloo, Digga. Ja, so 64,50 Euro ist der schon wert, der Schinken. Ja. Schinken. Was soll ich jetzt bauen? Ich weiß es nicht. Am besten ist der Wolfgang. Ähm, der heißt doch Wolfgang, oder? Der mit den längeren Haaren aus der Schweiz. Ich habe den, seinen Namen noch nie erfahren können. Den, der Mitte, ich meine, der heißt Wolfgang. Ach, der, ja, ja. Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, genau der, genau der. Der echte. Der echte. Nein. Also ich. Ja, ja. Hey, hey, hey. Ich muss meinen schlauen Block rausholen. Aufschreiben. Ja. Warte, wo ist mein Stift? So, Folge, was ist das hier? Folge 9. Was jetzt schon wieder? Nein, nein, ich muss was Lustiges einblenden. So. Was ist denn im Bild vom Wolfgang? Nee. Was denn da? Nee, das wird, das ist geheim. Das ist, du musst auch mal, ähm, so ein bisschen geheimnisvoll sein, weißt du? Das ist, das ist, das kann normal nicht jeder. Ich weiß es, ich weiß es. Ach ja? Nee. Ganze diese beschissene Kohle hier entgegen, ich kriege zu viel. Warum nicht? Was soll ich jetzt, was soll ich jetzt bauen? Willst du mich jetzt hier komplett nutzen, oder was? Was soll ich jetzt bauen? Ja, irgendwas. Oh Gott. Ja, mach die Wände hier mit Clean Stone. Oder so, was ich... Nee. Was würde er doch nie tun. Na, forever, an der forever. Echt? Wir sind jetzt wieder mit dabei, neun Folgen. Ich weiß nicht, was ich mal für dich bauen soll. Ja, hier. Wundertfolgen schaffen wir. 8 Euro ist das schon wert? Ne 8 Euro 8 8 Der könnte aus Sachsen kommen, der Typ Ist aber eifel Ist er die Ecke? Ja, ja Alles selber Einheitsbrei alles Klabuster Klabuster? Klabustabeeren? Ne Blaubeeren Cool Naja So Ich hab noch diesen kleinen Stone hier Ich könnte doch normalerweise Ich bin auch benötigt Ich könnte doch normalerweise so machen Das könnte ich doch so machen Ja, sag mal Sag mal Lele Lele Das geht auch noch Boah, ich bin so ein richtiger Genius Hä? Was? Ich hab ne Redstone Pipe Engine angeschlossen Hab die weggemacht und die bugt weg Keine Ahnung Ist aber weggebackt Einfach so Ich dreist Ich mach nochmal ne Turtle Quarry Kuh, kuh, kuh Soll ich noch eine bauen Mann Das ist doch eklig Ja, das geht aber schnell Ja, das geht aber schnell Ist ja unlogisch Die Idee ist jetzt nicht so kompliziert Ja, aber wieso backt ihr weg, Mann? Hey, ho Minecraft, yo Scheiße Minecraft, yo Ah, alles Flärchen Wo Pärchen? Ich? Klabusterbärchen Klabusterbärchen Mach immer so nis produktives, Jan, hast du ne Aufgabe für mich? Mann Warte mal, wie macht man ein Solarpanel? Ich mach jetzt Solarpanels Ich mach doch grad schon die ganze Zeit Solarpanels Achso, sag das so Hab ich doch gerade gesagt Vor der Aufnahme Brauchst du da irgendwelche Ressourcen? Du kannst mal weg und Höhe gehen oder so Gut, dann mach ich das Wird die Fackeln weggemacht Spotify geöffnet Alles klar Seems legit Seems legit Ich hörts bisschen Musik Ne, Spaß So geht das nicht Perfect Why isn't working? Tell me Ja, war das Jungle Wood Ist halt nicht mein Jungle Wood Jetzt geht's wieder Wood 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 Ich mach jetzt ne Spitzacke Was? Misery Misery? 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 Das heißt, warum er hält? Was heißt das nochmal? Ähm, das, ich weiß, also ich weiß, was es Englisch bedeutet, aber ich kann's ganz schlecht erklären Misery Was denn? Schlamassel? Ja, so eine Art Schlamassel würde ich das sagen Was wollte ich jetzt nochmal machen? Äh, was wollte ich jetzt nochmal machen? Äh, was Schlamassel verstehe ich nicht Ja, Misery, das heißt so wie der Art Schlamassel Das ist ein Schlamassel Geh doch nicht auf die Nerven jetzt Das ist jetzt echt nicht mehr witzig Ja, okay Gut Das wird dieses Es wird Nacht, wollen wir schlafen Ich lege im Bett Oh Mann, da wird ich hin Nein, falsches Ich schlafe immer rechts, also Du bist links Ich schlafe wirklich immer links im Bett Ich zentral in der Mitte Also die Male, die ich im Doppelbett bis jetzt geschlafen habe Hast du mal unterm Bett geschlafen? Deine Kinder dürfen nicht aus dem Bett schlafen Ich schlafe nur drunter Mäh, mäh Das ist wie so ein Schaf, Alter Mäh, mäh Ich hab Hunger, ich hab Hunger Ach ja, du bist Hunger Okay Okay, okay Was hast du denn? Der fuck ist das? Hey, Wut Okay, Wut, Alter What the fuck am I doing here right now? I can't understand, I really Ach scheiße, das macht immer 8 Fuck Egal, jetzt hab ich hier noch clean stone Egal, egal Na, wieso geht das jetzt nicht? Keine Ahnung, man Ich fiel mich grad irgendwie verlazzt Achso, man muss das Hä? 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 Hä, bin ich da noch? Digga, was? Digga, was? Ach jetzt? Hä, das wird ja nicht angezeigt, was man da craften kann, wie TF Das ist ein Fall für Galileo Mystery Galileo 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 Oh nein Oh nein Amadeus Amadeus Oh 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 Amadeus Zitat von Wolfgang Amadeus Mozart Der Bass muss ficken Gut Folge 9 Und geschnitten Kennt ihr das? Seid ihr für Untermenschen? Keine Ahnung Seid schon die Kommentare Da alles ist Untermensch Hier bist du Wer ich? Jetzt halt einfach Ja du Nein Niemals Wer ist der Untermensch? Du Okay das ist eigentlich nicht lustig Ein Schleim Irgendwo Ja ich habe auch schon Schleim gefunden Bam War richtig schleimig I Diamanten Nee Da hat er sich schon gefreut Es war Eisen Eisen mag ich auch Einfach Eisen Ich habe übrigens 14 Diamanten Eklig Ich habe 33 Eblig Hallo Eblig Dieses deutsche Wort Edlig Das ist der Bruder von ähnlich Der Bruder 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 vor Luder Oh Einer der schlechtesten Film ever Was ist die Aktfieber Ich habe Daher kommt das Junge Hä Was 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 Natürlich Was ist das Nikolait Eh nicht Ne Quarz Ainit Doch Ainit Edith Edith Du bist mir auch ein richtiger Edith Nee Edith Der Name Edith Ja Edith Ist ein Frauenname Edith I Edith Edith Ja Sorry Sorry for being funny So Jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben Könnt ihr wetten Meine Zuschauerinnen heißen alle Edith Meine weiblichen Fans Du hast Fans? Ja klar Die schicken mir immer nachts Snaps Ich mache Snapgeschichte Rapgeschichte oder? Ich habe halt nicht mal Snapgeschichte Äh Snapsche Snapsche Oha So Was von Snapsche Ich habe Snapsche gesagt Ja Lass mir Snapsche Lass mir in Ruhe Lass mir in Ruhe Lass mir in Ruhe Was? Oh das ist herrlich ey Was ist denn für ein Ruhe? Bist du der Gaswasser scheiße Mann oder was? So ich hole jetzt Diamanten Kein Kommentar Oh Boah Ach ja Ich würde ja irgendwie gerne so Ali Boumaier oder so Kollegah oder so Bushido im Video laufen lassen Das wäre schon geil Und dann würden sich die ganzen Leute die Deutschrap hassen wieder darüber aufregen Ich meine ich bin jetzt nicht so der deutsche Verfechter Uppala Was? Ich bin jetzt nicht so der Aufstehen Der deutsche Verfechter Um ehrlich zu sein Ich höre es mir halt ab und zu mal an Ich bin also der Um es zu analysieren Ich bin so der Dubstepman Die Niveaulosigkeit sind gerade auf ein bisher unbekanntes Maß Namens Jan Ja Danke Ich möchte es nur mal erwähnt haben dass Selfmade gerade auch mitgemacht hat aber Das war nur so am Rande Bei nichts okay Okay Ich glaube hier sind die Schleims die Nerven Die Slimes mit Vornamen Schleim Oder auch nicht Hä Ach egal ich mach es ja das auch irgendwie fertig Und dann ist die Folge auch noch dafür zu finden Als ob die Teil der Werner Teil der Werner Der ist hier irgendwo Der Penner Das dachte sich die Polizei auch und der hat sie immer noch nicht gefunden Wer denn Nö Ja eben den Nö Nö Ich bin dann immer danach woher kommst und wir dich finden Hö Dann hat immer aufhören zu viel Donuts zu essen Ah vergalen wir sind ja gar nicht in den USA Mää 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 Is jetzt zu dir oder was Are You a goat Die nerven Eww Ich bin nur Frage Yong ask new ones are you or a goat? ne ok, just wanted to know that ey, was jetzt? damn tabasco damn, damn you ne, hör auf damit, Alter, das ist echt nicht wo ist denn der Schleim, ich find den, ey nächsten acht folgen, wieso ich nach dem Slime bis dahin ist der locker schon wieder despawned er suchte, ne, er hört ihn ja noch echt, man, das nervt übelst, ey er suchte und suchte, aber konnte ihn nicht finden ne, das glaub ich nicht der ist schon seit Anfang an hier einen hab ich mal getötet, das weiß ich wo ist denn der? brauch Hex so, Sticky Resin, 23 Stück, geil geil wie ein unendlich langes einfach dauert Coal Dust zu machen Zeit Coal Dust Alter, das ist schlimm ich kann nicht pfeifen, grad ich hab's verkackt Jey ich hab's nicht in meiner Zahnspang, tut mir leid Ausrede ich bin wirklich entschuldig dafür, also ich hab's nicht mehr einfach alles ich hab's nicht in Englisch kennengelernt ich hab's nicht in Englisch ich hab's nicht in Englisch aber auf Englisch bis Stream zum Zeit lang als ob hey guys, bye guys, tschüss, that was the stream, see you tomorrow genau ich hab's nicht in der Zahnspang auf Englisch was für ein was? ein 20-Stunden-Leist-Chain wie viel Abonnent hat das da nochmal? äh, 100 irgendwas? äh, nur Follower hatte ich 100 von Follower einfach so über 100 da ist er, der Penner HN, Alter oh, komm her, ey ist halt nicht viel wächst viel gepusht, Alter ich find das viel 100 ist viel ha, auf Twitch ja, mein höchstes war 22 da hatte ich nicht hinten Facecam von Frauen nur ja low eigentlich ne, ich find's geil die war hässlich da kamen immer die Kiddies älter ja, ist aber echt so da kam 4chan da siehst du dann immer wer ähm wohin guckt ja vor allem ist das einfach ein GIF gewesen und die haben nicht gemerkt, dass es weil die dumm sind, okay? natürlich sind die dumm das ist, wenn man sich sowas angucken möchte, dann geht man drauf und siehst andere Seiten, okay? YouTube google Übersetzungen oder so haha ha haha ha, 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 ha Give uns die Folge mal so langsam an hätten was ist eine Folge er nimmt aus als ob ich hau gerade alle Galscheiben in unserem Haus kaputt, würde ich es noch mal so angemerkt haben dann geht die Folge eigentlich noch die Folge ist schon seit 5 Minuten vorbei nee das habe ich euch schon 2 oder 3 mal gesagt tschau Leute tschüss tschüss jetzt ist sie vorbei nee ich nehme es noch weiter auf oh ey ich sitz ja ich mache das Glas mit dem Tee kaputt genau ja Randolph takes over yeah yeah okay das war es an dieser Stelle für diese Folge ich hoffe natürlich dass wir uns beim nächsten Mal wieder hinsehen abonniert mich tschüss